so ho da sind wir wieder bei let's play minecraft heute geht's ans holzfarm würde ich sagen und dann geht es an das zweite stockwerk des hauses so jetzt muss ich mir jetzt mal genau anschauen wie mache ich das ach lasst euch überraschen ich glaube ich weiß schon wie ich das mache hallo coo soo baked potato da laufe ich ein bisschen weiter weg damit man nicht allzu sehr möchte was ich hier alles abbaue die geplante xp fahren die muss ich mich auch noch machen stimmt wir brauchen aber erst mal schienen und dabei brauche ich erst mal eine minenschacht jetzt kann ich hier glaube ich fällen junge junge jetzt brauche ich auf jeden fall ziemlich viel holz auch birke für die eckpfeile wieder und dann geht es endlich mal in die einrichtung die schon von euch ziemlich lange gewünscht wurde ja dann kommt endlich mal das was ihr euch wünscht 33 jährlich hier habe ich noch kein verzauberungstisch eigentlich ach ja genau ich habe noch keine tierspitz aber ich verwechsel immer dass du gerne und das normale let's play ich nehme viel zu viel auf aber gut sind auch irgendwo holz da рядом flög на nicht man geplekt ok hier ist nichts mehr oder da vielleicht noch was man da war noch was zwei sogar ich glaube ich brauche zwei stacks von dem ganzen holz sonst wird es nichts ach die hundis natürlich mehr auch mal welche zulegen stimmt habe ich mir auch ein wegpunkt markiert markiert ich bin heute auch komplett zu nehmen aber das gehört dazu ne gut gut Ich verlauße mir auch heute mal die Riesenbäume, weil ich das Holz einfach brauche. Sonst komme ich hier nicht wirklich weit. Oh, es geht ja schnell. Zum Glück. So, geht es hier gleich weiter. Komm, 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 komm. Da ist doch noch wo Holz, das sehe ich doch. Ist das der andere Baum da drüben? Ich glaube fast schon, ne? Ne, ist doch gleich noch wo Holz, ne? Sonst würde der ja nicht noch so standhaft bleiben. Komm, da ist noch irgendwo Holz. Na bitte, das sage ich. Da ist ja noch einer. Ist das ein ganzer Baum, was ich hier? Ja. Okay. Das sind einige Bäume im Ein. Ein Apfel wieder. Dann baue ich das auch wieder mal ab. Das sieht man so richtig, wie der noch kurz abbaut. Was ist denn das für eine Musik? Ach, bitte. Ich weiß nicht, wo man sich die ganzen Sachen von KSD Beats downloaden kann, damit ich die dann auch verabschiede. Also zufällig wiedergeben kann. Wäre nett, wenn mir das einer von euch in die Comments schreiben würde. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß, das hört sich ein bisschen dummer, aber ich weiß es wirklich nicht. WTF, die Sonne. Da ist nur noch was. Come. Oder auch nicht. Okay. Einen halben Stack Birkenholz und dann habe ich es, glaube ich. Komm, die Äpfel brauche ich. Und da ist noch Holz. Ja, ich sammle alles auf, was ich bekomme. Egal, was es ist. Ich sammle hier alles auf. Come. What the fuck, Alter. Wie viele Saplinger die Dinger verlieren. Im Gegensatz zu den Dschungelbäumen da, ne? Die verlieren fast gar keine Saplings. Ups, da ist gar nichts. Das dürfte jetzt soweit mal reichen. Junge, wie viele Äpfel habe ich eigentlich? Acht. Boah. Das ist nicht wenig. Junge, Junge. So, einen halben Stack Birken. Halbe Stack Birken und dann habe ich es langsam. Weil dann ist wirklich schon... Ne? Obwohl, ich glaube, ich brauche doch einen ganzen Stack, wenn ich mir so überlege, was ich bauen möchte. Ja, ich brauche einen ganzen Stack. Obwohl, Birkenholz gibt es selten hier. Eiche ist hier so ziemlich das, was es am meisten gibt. Oh, schön ist es hier schön. Also hier kommt auf jeden Fall mal was hin. Auf jeden Fall. Da mache ich so einen kleinen Waldweg, da pflanze ich den Wald dann wieder nach. Und dann kommt da so ein kleines Dorf hin. Irgendwie so mache ich das, glaube ich. So in die Richtung geht das. Oh. Oh. Ich sag gar nichts dazu. Ich sag mal gar nichts dazu. Okay, ich hau ab. Ich hau ab. Ich verschwinde zu meinem Haus. Weil das wird mir hier zu grau. Ihr habt euch ja für den Shader entschieden. Die meisten sind für den Shader. Eigentlich gar keiner für gar keinen Shader, was mich eigentlich verwundert. Aber, ne, sind ja eure Videos. Die sind ja nicht für mich. Die sollen euch gefallen. Ja. Ach ja, ich fall wieder aus dem Bett. Mach ich. Täglich. Im Relive auch, ja. Das, das, das mach ich immer gerne. Das ist mein Hobby. Hör. Hör. So. Was geht's? Mit dem Hausbau. So. Leute, ich bin so blöd. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Birch-Wutsch. What the fuck. Seht ihr? Ich brauche noch viel mehr Birchwood. Ich möchte ja noch in so ein kleines drittes Stockwerk hinzimmern. Wo ich vielleicht an das Nether-Portal hinmache oder so. Also um die Eintrachtung kümmere ich mich dann, wie gesagt, später nicht sofort gleich. Ist ja auch erstmal nur das Anfangshaus. Muss ja nicht der Schrinzel sein. Also später brauche ich mir natürlich eine Wille. Aber erstmal tut es das Haus hier auch. Aber gut. Ich brauche eigentlich viel mehr Birchwood. Viel, viel mehr. Davon habe ich viel zu wenig. Ich frage mich, wie Elphime Kev das ganze Holz dafür sein Waldhäuschen da zusammengebracht hat. Weil der hatte ja... Oh, sieht ganz gut aus. Weil der hat ja das ganze Haus aus dem Rohholz gebaut und nicht aus dem verarbeiteten. Wie hat er das geschafft, Junge? Jetzt freue ich mich immer. Ich habe mir ja immer seine Folgen angeguckt, aber... Äh... Ist schon fit, was der macht. Er hat auf jeden Fall eine sehr schöne Welt. Das muss man zugeben. Sie haben alle komische Teich. Ähm... Weiter geht es mit dem Holzfarm. Holzfarm. Ja, Holzfarm. Ach, ich freue mich schon auf das 1.6 Update, wo man dann auch Pferde hat und... Ah... Schön ist sowas. Schön. Schön, schön. Wo man dann auch die Seile hat, wo man die Tiere anbinden kann. Auch die Hundise und so. Und die Katzen und... Ach, ja. Das ist schön. Das wird schön. Das wird schön. Das wird schön. So, reicht das? Nein, ganz sicher nicht. Ich brauche viel mehr. Was denke ich mir dabei eigentlich? What? Seit wann ist hier so ein fetter See? Oder ist das schon fast ein Meer? Ach, ist ja egal. Das ist ein Meer. Wow. Was ist das? Heilige. Heilige Scheiße, was ist das? So, jetzt ist das aber reichend. Ohoho. Die hat beat ihm okay. Ohoho. Ohohoh. Ohohoh. Das ist das einfach. Ohohoh. So, und hier nochmal hoch. Gut, dann geht's jetzt. So, Worldwide. So, ich mach das dann nämlich so. Und das geht dann nämlich bei mir genau hier hin. So, ist das richtig. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Junge, Junge. So, hier mal ein bisschen Oakwood. Da kommt noch ein Stock weg drauf, ne? Aber das ist dann, glaube ich, nur in diesem Bereich, in diesem kleinen. Da reicht's dann, glaube ich, für den Enchantment-Raum oder so. Das könnte ich machen, ja. Also, das sehen wir danach später, wenn ich das überhaupt alles mal zusammen bekomme in dieser Staffel. Aber ich kann die Staffel ja so lange machen, wie ich will. Ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Part hier weiter. Dann dürfte auch das dritte kleine Mini-Stockwerk drauf sein. Dann geht's an die Dächer. Da, wo frei bleibt. Oder vielleicht macht ich hier eine Dachterrasse. Wer weiß. Oder da oben drauf könnte ich auch eine machen. Das geht auch. Das sehen wir dann alles, ne? Ich würde sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschö.